Hau sie jetzt bitte nochmal alle raus. Also San Francisco, Tschüsseldorf, Bundesgarten, ciao. Bis bald, Rian. Fabio, auf, komm jetzt. Es geht los. Ja, Juhu, entspann dich mal. Wir verleihen deiner Baustelle das gewisse Etwas. Alle Informationen für dich als Bauherr gibt es bei uns. Der Höfliche und der Baustein. Wir sagen es ja schon in unserem Intro, alle Informationen gibt es bei uns. Und alle Informationen der Zukunft gibt es auch bei uns. Weil wir sprechen heute wieder mit unserem wunderbaren Benni Harrer. Hallo Benni. Hallo. Über die Produkte der Zukunft. Klar, als Dachdecker auf dem Dach. Was es so gibt. Zum Beispiel kann ich schon mal gleich mal hier anteasern. Es gibt Dachziegel, wo Photovoltaik integriert ist. Aber wir wollen auch so ein bisschen über diesen Sanierungsfahrplan sprechen. Und vielleicht, Benni, stell dich noch mal ganz kurz vor und erklär mal in ein, zwei Sätzen, was ein Sanierungsfahrplan überhaupt ist. Ja, guten Tag, Abend, Morgen zusammen. Ich bin der Benjamin Harrer. Firma Harrer Dachdeckerbetrieb aus Neckartalfingen. Da, wo der Baggersee ist. Wenn man die ersten Folge entnehmen kann. Ein Sanierungsfahrplan ist, also ich muss es geschwind ausholen. Ich bin Gebäudeenergieberater. Ich bin Bauwerksabdichter und ich mache gerade noch ein Studium zum Bautechniker. Und der Sanierungsfahrplan spricht alle Gebäude an, die im Bestand sind. Also das heißt, Bauen im Bestand ist ja ein ganz großes Thema. Man kauft ein bestehendes Objekt, Gebäude, Haus, Wohnung, whatever. Und dann lädt man den Energieberater zu sich ein. Und der sagt dir dann, das ist schon 1970, alles scheiße, alles neu. Nee, natürlich so nicht jetzt unbedingt. Das wäre jetzt eher der Handwerker, der das sagt. Der bewertet es. Also der bewertet es, der lässt sich ganzen Unterlagen geben, zum Beispiel von der Heizung, vom Verbrauch. Du musst ungefähr ihm sagen, wie die Dämmstoff, also ein altes Baugesuch zum Beispiel raussuchen. Und dann macht er einen Sanierungsfahrplan. Okay, den erstellt er. Richtig. Und was ich, ja sorry Ju. Sag. Du, dich gibt es auch noch? Sonst hätte ich jetzt fast mit einem Bett in den Banken. Julian, sorry, ja, ich versuche schon die ganze Zeit Blickkontakt mit euch aufzunehmen. Bin schon so rüber, oh Julian, sorry, ihr müsst näher zusammensitzen. Sitzt du auf seinen Schoß? Jo, Entschuldigung. Nee, jetzt ist schon, macht doch einfach alleine weiter. Was gibt's? Ich habe es vergessen. Richtig? Ja, habe ich mir zu viel gelabert. Nee, ich wollte dazu was fragen. Ich wollte noch ganz kurz was sagen. Ein Energieberater, der habt ihr mir vorhin auch schön erklärt. Aber der kommt ja auch und guckt, okay, wie viel Wärme speichert das Haus, also das du sanieren möchtest, jetzt? Und welche Möglichkeiten hast du, wenn du das sanierst? Nicht wie viel Wärme speichert das Haus, sondern wie ist der Wärmedurchgangskoeffizient des Hauses? Also das hätte ich als nächstes gesagt, genau so. Damit die privaten Bauherren auch verstehen, Wärmedurchgangskoeffizient. Aber der macht dann diesen Sanierungsplan, um dir als Bauherr die Möglichkeiten aufzuzeigen, welche Möglichkeiten du hast, dass weniger Wärme das Haus verlässt. Du weniger Energie benötigst. Richtig. Okay. Verstanden. Genau, dass die Wärme einfach länger in deiner Gebäudehülle bleibt. Und was gibt es da für Möglichkeiten zum Beispiel? Du fängst an mit der, also wir arbeiten jetzt von unten nach oben, sorry, weil ich will natürlich über das Dach philosophieren und nicht über den Keller. Man fängt an mit der Kellersäckendämmung im Normalfall, ja, oder der Dämmung von der Sohlplatte, also von der Bodenplatte vom Haus. Das ist natürlich gegen aufsteigende Kälte, die gibt es ja auch. Dann arbeitet man sich, bitte? Kurz zu den Materialien, da nehme ich einfach Styropor, Styrodur. Genau, richtig. Kommt drauf an natürlich, ob es im Wasser liegt. Wenn das Gebäude, also wenn die Dämmung außen liegt, ist es wie beim Umkehrdach, dann nimmt man eine sogenannte Perimeterdämmung. Also ohne dass man jetzt Markennamen nimmt, so wie du. Eine Perimeterdämmung, ja. War das schon eine Marke? Ja, Styrodur ist BASF. Okay. BASF. Aber alles andere ist auch gut. Natürlich. Gibt es auch DAO und OSA. Also nimmt man eine Perimeterdämmung, die kann ja feucht werden, die legt man dann vor. Oder wenn man eine Kellerdecke dämmt, dann nimmt man entweder ein PU, der dann unten eine Putzträgerplatte hat oder man lässt eine Natur, dann hat man halt unten, sieht man halt dann die Fließkaschierung oder Putzträger, was weiß ich, gibt es keine Ahnung, jede Form, Farbe, Variation, alles was du dir vorstellen kannst. Und dann nimmst du dann auch das, was eben dein Energie- oder Sanierungsfahrplan oder wie dein Energieberater gesagt hat, was es für ein Wärmekoeffizient haben muss, dementsprechend nimmst du dann auch den Dämmstoff. Und dann gehen wir natürlich zur Gebäudehülle, also zur äußeren Hülle über, also Fassade, Fenster. Fenster gibt es immer was zum Holen. Es ist unglaublich und wirklich, das ist wirklich wichtig, dass die Fenster gut verglast sind, ja. Da sollte man auch wirklich drauf gucken, dass die die U-Werte von Deutschland einhalten, beziehungsweise inzwischen sind sie EU-geregelt, aber ich würde davon abraten, dass man im Ausland produzierte Fenster, beziehungsweise es sind ganz viele Fenster, werden im Ausland produziert, aber ich würde einfach deutsche namhafte Hersteller nehmen, ja, ganz einfach. Ist dann immer das Glas der Schwachpunkt oder der Rahmen? Ich glaube, ich habe mal gehört, dass tatsächlich der Rahmen so mehr oder weniger… Wahrscheinlich zwischen Glas und Rahmen. Genau, richtig. Auch, da wird ja inzwischen Edelgas zwischen die Scheiben eingeblasen, dass der Dämmwert noch besser wird, also der Durchgangswert noch besser wird. Warum lachst du jetzt, Juliane? Edelgas? Einfach so? Garantiert wegen Edelgas lacht er. Ja, wahrscheinlich. Auf jeden Fall. Aber sympathisch. Die, du brichst mich ganz raus. Ich merke, wie leichte ich dich aus dem Konzept. Ich bin nicht gewohnt, dass du lachst. Oh, wie mies. Und dann gibt es natürlich die Möglichkeit, Alu-Kunststoff, reines Kunststoff, also Hohlkammer-Profil, die Möglichkeiten hat man. Ich neige wirklich zum Alu-Kunststoff- beziehungsweise zum Hohlkammer-Kunststoff-Fenster. Also, ich bin da halt von den Dachfenstern her auch ein bisschen vorbelastet. Weil es einfach robust, pflegeleicht. Und ausgereift. Und ausgereift ist. Und vor allem Luft ist der beste Dämmstoff, den es gibt. Und beim Hohlkammer-Profil ist der halt eingeschlossen. Besser geht es nicht. Deswegen ist ja Dämmung auch so gut. Nur mal um dieses Prinzip Dämmung kurz zu erläutern. Die Dämmung ist nichts anderes wie ein Rohstoff oder ein Baustoff, der viel Luft quasi einschließen kann. Das ist halt zum Beispiel bei einem PU-Schaum der Fall. Und halt bei einem Holz eher nicht, weil Holz andere Dichte hat. Aber eine Dämmung ist eigentlich nichts anderes wie eine Jacke fürs Haus. Richtig. Ja. Die dann am besten noch verklebst und luftdicht machst. So gut wie du kannst du in der Sanierung natürlich immer ein bisschen schwieriger. Aber es gibt Möglichkeiten. Ich schaue gerade über deine Schulter, weil ich glaube, da hinten liegen Fensterprofile, die das Hohlkammer-Profil, ich glaube, ganz gut zeigen. Das sind Lichtkuppeln hinter mir. Okay, aber sieht ein normales Fenster vom Aufbau ähnlich aus? Hier haben wir zum Beispiel ein wunderschönes roter Muster, so einen Querschnitt. Können wir ja nachher mal ein Bild machen, dann können wir es in Instagram mal zeigen. Ja, und dann sind wir also von den Fenstern weg. Jetzt habe ich auch wieder einen Markennamen genannt. Roto muss man einfach sagen, macht die weltbesten Beschläge. Ist einfach auch wieder Leinfeld ein echter Ding. Represent Schwabelländle. The Land. The Land, ja. The Land. Heute werden nur Marken genannt. Ist doch gut, dann kann ich in Instagram die Hashtags reinballern. Richtig geil. Auf jeden Fall kommt man dann vom Fenster weg zur Fassade, die natürlich auch gedämmt wird. Meiner Meinung nach, das ist aber meine persönliche Meinung, die Fassade gnadenlos überschätzt. Also meiner Meinung nach hat die einfach eine gute Lobby. Also wenn ich mit einem 36er Ziegel mein Haus schon gebaut habe, habe ich schon einen unglaublich guten Dämmwert in der Fassade. Wenn du den Ziegel genutzt hast, ist er auch schon wieder ein teurer Baustoff. Ja, aber ich sage mal, 70er, 80er sind Ziegel gebaut nicht so selten. Aber das ist meine persönliche Meinung. Also man kann immer was verbessern und es gibt auch ganz sicher immer Nachholbedarf. Aber ich finde eine Fassade nicht so wichtig wie ein Dach. Weil wir haben gelernt in der Schule, warme Luft geht nach. Opa. Richtig. Links? Warme Luft geht nach links. Jetzt muss ich gerade an Captain America denken. Ohne Witz. Den zweiten Teil, da rennt er doch da rum und dann sagt er immer die ganze Zeit, links. Links, weil er doch schneller ist wie alle anderen und dann müssen doch die Jogger immer auf die Seite springen. Keine Ahnung, ich würde es mir angucken. Guck dir an. Und Fassade kurz, vielleicht welchen Dämmstoff würdest du da empfehlen? Wir haben ja auch schon über verschiedene gesprochen. Kein Styropor. Okay. Alles außer Styropor. Also doch eher ein Mineralfaser, Holzfaser. In dem Fall würde ich sogar die Holzfaser, aber natürlich nur mit einer Brandschutzzulassung. Weil sonst kannst du auch Styropor nehmen. Ich würde aber wirklich zur Holzfaser oder zur Mineralwolle tendieren. Aber ich habe mal ganz kurz eine Frage zum Thema Dämmung. Da gibt es doch bestimmt auch irgendwie so Kennwerte. Also wo man dann klar weiß, okay, dieser Dämmstoff hat die schlechtesten Werte. Also keine Ahnung. Wärmeleitgruppe nennt sich das. So ein Pappkarton. Ja, richtig. So ein Pappkarton hat schlechte Werte. Dann hast du keine Ahnung, irgendwas hat super Werte. Da gibt es doch bestimmt irgendwie so die erste Liga, die zweite Liga oder das beste Produkt. Das beste Produkt. Was ist denn das? Nee, gibt es nicht. Wie gibt es nicht? Nee, weil das auf den Kunde ankommt. Du kannst ja nicht für jeden Kunde in Deutschland entscheiden. Es gibt Kunden, die schwirren auf moderne Baustoffe, die sagen natürlich Styropor, weil es halt Styropor, was die Außenfassade angeht, Preis, Leistung, unschlagbar. Aber es brennt halt wie Zonder. Also du darfst nicht sagen brennt, es tropft ab. Ja, wie Zonder. Da gibt es wahrscheinlich mehrere Faktoren, weil wahrscheinlich muss auch die Hauswand vielleicht auch irgendwie doch atmen können, so ein Schimmel. Nee, Atmen, das ist mit Benni sein größtes Ding. Was muss da atmen können? Da muss gar nichts. Also wenn du nicht lüften kannst, musst du das Haus auch nicht atmen können. Also wir sind ja auf dem Weg oder wir möchten ja so wenig Energie wie möglich verschwenden. Und an jedem Eck oder an jedem Bauteil, wo atmen kann, entsteht Schimmel, weil genau da fehlt dann nämlich das, was du brauchst, die Dämmung. Also das heißt, ganz prädestiniert dafür sind bei der Fassade zum Beispiel Außenkanten, wo einfach der Temperaturunterschied so hoch ist, dass sich da halt Schimmel bildet. Das kann aber auch sein, dass das einfach mit an dir liegt, weil sich halt in dieser Ecke Raum, Außenecke, Wand trifft, ist halt einfach die kalteste Stelle im Raum. Ja, also Außenwand, Ecke ist die kalteste Stelle. Kann auch dein Handwerker nichts dafür. Muss ich in Schutz nehmen. Du musst einfach besser lüften. Ja, das hört sich echt blöd an und ich kann es auch verstehen, wenn die Vermieter immer sagen zu ihren Mietern, ja du musst lüften. Ja, manche sagen es und wissen dann nicht, warum sie es sagen. Richtig, aber es hat einfach damit zu tun, dass wenn ein Haus energetisch saniert wird, musst du dein Lüftungsverhalten ändern. Oder du brauchst eine Lüftungsanlage mit ein. Oder eine Zwangsentlüftung, genau richtig. Die auch mit zu einer energetischen Sanierung eigentlich dazugehört. Habe ich bei mir auch nämlich drin. Wärmetauscher mit drin und dann ist das eine Saubere Sache. Ansonsten musst du dein Lüftungsverhalten ändern und das heißt einfach mindestens viermal am Tag 15 Minuten querlüften. Auf dem Fenster nicht gekippt. Wer macht das? Richtig, ja. Würde ich gerade sagen, also. Ja, ist so. Ja, gut. Ja, aber die Gebäudehülle ist dicht und die muss auch nicht atmen. Das ist einfach nur geschwätzt. Okay. Ja. Sorry, jetzt habe ich... Ne, ich finde es super interessant, weil ich denke mir halt einfach so, sag mal, das muss doch irgendwas geben und sag, das ist das beste Produkt so. Ach nein, aber das ist so individuell wie der Bauherr. Kommt ja auch immer drauf an, was du als Endprodukt haben möchtest. Möchtest du einen Gips, möchtest du eine Alufassade, möchtest du, keine Ahnung, Lehmputz. Das kommt immer... Du kannst nicht auf jeden Putzträger alles draufschmieren, das geht einfach nicht. Ja, oder auf jede Dämmung einfach ein Blech davor klatschen. Also das System muss schon in sich stimmen, wo wir natürlich dann jetzt beim Thema Oberstöcke, Schossdecke oder Dach sind. Und da kann ich wirklich jedem nur... Also für das Oberstöcke, Schossdecke gibt es auch super Dämmsysteme. Wenn du jetzt zum Beispiel oben die Bühne hat, keine anständige Höhe, dass man sich da aufhalten kann, dann tust du einfach nur die Oberstöcke, Schossdecke dämmen. Da gibt es dann Dämmplatten, wo oben drauf eine Holzspannplatte drauf ist. Dann ist die auch begehbar, damit du Lagerfläche hast zum Beispiel. Solltest aber immer, und das ist wirklich ein Grundsatz, du solltest immer im System bleiben. Also das heißt, angenommen du nimmst von dem einen Hersteller deine oberste Geschossdeckendämmung oder deine Aufsparrendämmung beim Dach, dann solltest du von diesem Hersteller auch die Klebebänder, die Dampfsperre, das alles sollte von diesem Hersteller sein. Klar gibt es produktübergreifende Haftungen von anderen Herstellern, das legen die dir auch alles hin, das ist ja alles wunderschön zum Lesen. Weil wenn es wirklich mal zu einem Schadensfall kommt, dann schiebt es der eine auf der andere. Also geht es tatsächlich um Schadensfall, um Schadensersatz? Wenn da du halt ein anderes Produkt mit drin hast. Wie ist denn bei dir, Ju? Weil teilweise nehmen doch die Handwerker dann einfach irgendwas. Aber ich kann doch nicht dem Handwerker sagen, was der für Produkte nehmen soll. Aber du kannst ihm zu ihm sagen, was für eine Dämmung kommt drauf. Jetzt zum Beispiel Bauder, Puren, Linsmeier und mal die drei größten, also wir sind halt PU-Klopfer, deswegen nenne ich halt die drei größten PU-Hersteller. Du kannst ihm sagen, okay, wir haben eine Linsmeier-Dämmung, also möchte ich auch, dass du von dem die Systemkomponenten nimmst. Und die meisten fangen zum Beispiel an, beide Schrauben zu sparen. Dann sagt der, ja, wir nehmen die Linsmeier-Dämmung, nehmen aber nachher die, keine Ahnung, die Wirt-Schrauben. Kann man machen, ist halt kacke. Weil wenn es zu irgendeinem Schadensfall kommt und die das ins Labor schicken, und die können dir nachweisen, dass es keine Galvanisierung von, dann zum Beispiel jetzt, um einen anderen Schraubenhersteller zu nehmen, wo sie ihre Schrauben kaufen, SFS-Intech oder keine Ahnung, EJ, dass das nicht von denen ist, sondern vom Wirt, dann sagen die, ja, das liegt an der Schraube. Glaubst du aber, das ist auch wirklich so in der Praxis umsetzbar? Ja, klar, wir machen es nur so. Ich zeige dir jetzt ein Bild von meinem Dach. Ich habe hier einmal die Aufsparrendämmung. Beschreib das mal so ein bisschen, das Bild. Benni, beschreibst du mit Fachworten. Das ist die Aufsparrendämmung, dann ist die Konterladung und dann ist da die Tragladung, also die Hinterlüftungsebene. Genau, jetzt siehst du hier auch einen Markennamen, den müssen wir jetzt aber auch nicht nennen. Ja, richtig. Und jetzt zeige ich dir das nächste Bild. Und du hast ein wunderschöner Aufkeilfenster drauf auf deinem Dach. Natürlich. Ein Bild von innen. Und jetzt siehst du hier auch schon die Zwischensparrendämmung und es ist eine andere Marke. Richtig. Das lässt sich aber nicht anders machen, weil der Bauder hat keine Zwischensparrendämmung. Aber die Zwischensparrendämmung wird auch nie, also Bauder, mach mal deine Produkterreiterung. Ne, ne. Die haben was draußen, was du zwischen den Sparren nehmen kannst. Ich weiß nicht, ob es das überhaupt noch auf dem Markt gibt. Ich glaube nicht, dass sie das durchgesetzt hat. Das war ein Kunststoffklemmfilz. Also das war auf Ökotech-Standard alles in Ordnung. Aber ich weiß nicht, ob es sich durchgesetzt hat. Keine Ahnung. Also das ist der Klassiker. Du nimmst einfach eine Zwischensparrendämmung von Ursa, G&H, also Isower oder whatever und tust dich zwischen den Sparren und dann tust du oben deine Dampfsperrebene und das ist ganz wichtig, dass deine Dampfsperre von dem Hersteller ist. Genau, das wollte ich dir jetzt nämlich zeigen, weil die Dampfsperre, jetzt muss ich hier ein bisschen suchen, aber ich werde es gleich finden, das war nämlich so eine Wirtfolie. Ja, absolutes No-Go. Ja, ich habe das Bild gerade auch noch im Kopf. Ja, ich weiß, das war eine Orange, ne? Du brauchst nicht weitersuchen, ich weiß nicht, wie das ist. Ja, genau. Würde ich nie machen. Würde ich nie machen. Nee, ja, würde ich nie machen. Die Wirtprodukte sind gut, aber ich würde es einfach nicht machen. Ich würde die Systeme nie mischen. Genau, wollte ich gerade sagen, also hier geht es nicht darum, dass wir irgendein Produkt schlecht machen, sondern wir sagen einfach diese Überschneidungen der Produkte, da muss man einfach aufpassen, weil du dann halt nachher als Bauherr einfach Probleme hast, wenn irgendwas ist. Aber das weiß glaube ich keiner. Ich habe da auch cool gehört. Jeder Bauherr denkt, ja, perfekt, Wirtprodukt. Wirt so geil, ist wie wenn ich mir einen Nike-Schuh anziehe. Hätte ich jetzt nicht daran gedacht, dass das schlecht ist. Ist ja auch kein schlechtes Produkt. Wie der Fabio sagt, es ist überhaupt nicht schlecht, das Produkt. Aber ich würde sie nicht mischen. Ich würde es einfach nicht machen. Ganz klar. Und wir hatten das schon, deswegen sind wir da auch so sensibilisiert. Früher waren die Systeme noch nicht so ausgereift und da gab es ab und zu mal ein bisschen Probleme mit der Lieferfähigkeit. Das ist natürlich schon 20 Jahre her. Und da gab es immer wieder Probleme mit den Klebebändern, dass die sich auch vielleicht ein bisschen abgelöst haben von dem Hersteller direkt. Und dann haben wir auch mal aber von einem anderen Hersteller das Klebeband genommen. Und was war? Ja, er hat sich halt auch abgelöst. Und was war Reklamation? Und was war? Ja, das liegt nicht an unserem Kleber vom Klebeband, sondern das liegt an der Kaschierlage von der Aussprache. Am Untergrund. Genau. Dann hätten wir gleich das Original-Klebeband nehmen können, da hätten wir das Geschiss nicht gehabt. Das ist nur am Hinterherrennen. Richtig. Und die Kosten trägst du als Handwerker. Dach abdecken, Latten abnehmen, nachkleben und dann wieder eindecken. Im Endeffekt berechnet der Handwerker dann einfach vom Bauherr weiter, oder? Ja, ich glaube, das fällt auf. Wenn du es genau nimmst, sitzt das Klebeband, also der möchte ja dann alles neu verklebt haben. Da kannst du dann quasi nochmal ein Dach dafür machen. Aber natürlich beregnest du es einem Handwerker, weil dann machst du einfach 100% Aufschlag. Heutzutage bittst du dann ja auf. Bauherr. Bauherr natürlich. Oh, Fabio, hä? Der hat doch einen Dauer nachts ganz schön viel. Der Benni kann mit Spitzen umgehen. Ja, locker. Der war schon weggepackt. Kein Problem. Aber, ja, wie geht es denn weiter? Also jetzt sind wir ja schon oben am Dach angekommen. Ja, also klar, dass du deine Konterladung und deine Tragladung nicht jetzt von irgendeinem Hersteller, also nicht von dem gleichen Hersteller bekommst, wie jetzt von der Aussparrendämmung, ist ja auch klar. Das eine ist ein Holzhersteller und das andere ist halt ein Systemhersteller für Dämmstoffe. Ich denke, das, also, ja, nee, sorry. Sollte klar sein. Ja, absolut. Ich finde, das ist super erklärt worden. Und dann kommt dein Ziegel. Genau. Und es gibt zwischen Ziegelhersteller, die auch komplette Systeme anbieten, auch mit Dämmung. Würden wir auch machen, aber ich finde die Dämmung nicht so cool, wo die haben. Warum? Das ist ein Resol-Hartschaum und der wird nicht in Deutschland produziert, weil der, klar, der Hersteller sagt, natürlich beim Resol. Was ist Resol? Ja, Resol ist auch ein Kunststoff, der aber mit Formaldehyd hergestellt wird. Deswegen wird er auch nicht in Deutschland produziert. Aber der Hersteller sagt, das Formaldehyd wird zu 100% rausgebacken. Okay, ja. Augenzwinkern. Okay. Weiß es nicht. Keine Ahnung. Du möchtest ja mit dem Produkt zu tun haben, weil du dem Produkt nicht vertraust. Richtig, ja. Und kurze Verständnisfrage, du hast gesagt, das ist von dem Ziegelhersteller, aber da ist jetzt, jetzt wirklich blöde Frage, aber ich weiß es nicht. da ist jetzt aber nicht die Isolierung am Ziegel dran. Nein, nein. Das ist tatsächlich, wie man es kennt, eine normale Aufsparendämmung. Aufsparendämmsystem. Auch reines Aufsparendämmsystem. Das Produkt, also die Produkte, wo die haben, sind wirklich toll. Ich kann das Kind auch beim Namen nennen, das Sprass. Wirklich ein absolut schlüssiges System. Ich finde einfach die Dämmung nicht cool. Das ist nur, aber das ist auch wieder meine persönliche Meinung. Also klar hat einen besseren Dämmwert noch wie PU, aber das sind 0,01 Lambda, also das ist, äh, ja, ist zu vernachlässigen, weil die Dicke ist trotzdem die gleiche. Also für einen BAFA- oder KfW-Zuschuss brauche ich einfach eine 160er PU, so pauschal jetzt mal gesagt, und brauche ich natürlich auch beim Resol-Hartschaum brauche ich auch eine 160er-Dämmung, weil dieses 0,01 haut es nicht wirklich raus. Und dann sind wir beim Ziegel, die wir gerade schon angesprochen haben. Ja, und ich habe mich da, ja, schieß los. Ich habe mich auf die Folge vorbereitet. Oh, ich habe mich da reingelesen. Jetzt kommt das Highlight, ich war schon im Vorgespräch begeistert. Ja, also, ich finde es super, dass die ganzen Ziegelhersteller sich, also man muss erst mal sagen, der Ziegel im Vergleich zum Beton ist wirklich ein nachhaltiges Produkt, weil der Ziegel, der wird recycelt, geschreddert und wird als Ceramis verklopft oder da werden die, diese Laufwege damit eingeseht, wenn der Fabio am Wochenende immer seine 30, 40 Kilometer joggen geht, damit er schön tritt. Und die Ziegelhersteller, die machen sich gerade wirklich Gedanken, wie sie noch nachhaltiger produzieren können. Ich meine, darf sich nichts vormachen, ein Ziegel wird gebrannt, der braucht unglaublich viel Gas, unglaublich viel. Das lohnt sich auch für die, den Ofen gar nicht, also das lohnt sich für die nicht, den Ofen auszumachen, weil die so viel Energie brauchen, um den wieder hochzufahren und auf 1000 Grad zu kriegen, dass die den, glaube ich, wenn ich, wir waren vor zwei Jahren mal bei einer Führung, dass die, glaube ich, eine Woche lang heizen könnten, für das Geld, was die brauchen, damit er wieder seine Temperatur kriegt und feuerfrei. Da ist so viel Potenzial noch in allen Bereichen. Und jetzt habe ich gelesen, der eine produziert mit Biogas und Elektrik und verbessert somit seinen CO2-Fußabdruck. Der andere macht Solarpaneele auf dem Ziegel drauf, hat man ja auch schon bei Tesla, der hat es ja auch schon probiert, der Elon Musk, hat sich aber in Deutschland nicht so ganz... Klar, schon mit dem Perdue. Ja, natürlich, Digga. Elon, Digga, hat sich aber in Deutschland nicht durchgesetzt. Der Solarziegel jetzt. Der Tesla-Solarziegel. Aber warum? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich habe es nicht weiter verfolgt. Ja, aber ist es für dich als Dachdecker interessant, mit dem Produkt zu arbeiten? Ja, natürlich, klar. Hast du es schon mal verbaut? Nee, weil ich den Produkt bis jetzt, also ich musste mir heute selber der Ziegelhersteller war heute Mittag da und musste gut Wetter machen, weil es ist... Wir haben vorhin schon gesprochen, dass wir jetzt hier nicht in die politische Schiene wollen, aber uns sind heute diverse Hiobsbotschaften übermittelt worden von Nichtverfügbarkeit, von Bitumenbahnen und Ziegeln und so weiter. Und er musste gut Wetter machen und dann habe ich ihn gerade auch gehabt und dann habe ich gesagt, du, was ist mit dem Ding da? Weißt du, mit der Zeig? Ja, das funktioniert. Und dann war halt meine erste Frage, weil das wird... Diese Elemente kannst du mit verdecken, die sind dann entweder so breit wie zwei Ziegel aneinander oder fünf Ziegel aneinander. Die werden aber auf einem Kunststoff, auf einem hochwertigen PVC, so hat er es gesagt, werden die geliefert. Also das heißt, die Solarzellen... Genau, die Solarzellen sind besetzt quasi auf einem Kunststoffziegel drauflaminiert oder geklebt. Keine Ahnung, ich habe mich jetzt mit der Befestigungstechnik noch nicht so... Und dann habe ich gesagt, also ich finde es ja echt super, dass ihr in die Richtung geht und es ist auch nicht so schwer zum Installieren. Also die Ziegel werden alle in Reihe geschalten. Dann legst du halt deine Leitung irgendwie ins Haus rein. Am besten durch einen Kamin, den du nehmen und benutzt, weil du ja umgestellt hast auf Wärmepumpe zum Beispiel. Die Heizung haben wir gar nicht bei dem Sanierungsfahrplan berücksichtigt. Stimmt. Heizung auch immer ganz safes Thema, wo man ganz viel Geld sparen kann. Also wirklich, da lohnt sich auch jeder Griff mehr in den Geldbeutel. Wie beim Dach natürlich auch. Auf jeden Fall war der da und dann sage ich so, ja aber ich verstehe das nicht. Warum gibt dir denn dann nur zehn Jahre Garantie auf dieses Element und da steht 20 Jahre Garantie auf die Leistung mit 80 Prozent, das was sie alle machen, aber ja aber warum und das ist so das, was mich immer noch so ein bisschen hemmt. Also gib doch auf alles 20 Jahre oder vertraust du dem Kunststoff nicht oder möchtest du einfach nach zehn Jahren safe sein. Ja und ganz ehrlich, da wirst du dann immer als Handwerker von der Industrie ein bisschen im Stich gelassen. Kurze Frage, wie wird das verbaut, der Ziegel mit dem, aus dem Latt? Der wird mit einfach ganz normal mit eingedeckt, wird festgeschraubt an der Lattung, damit er stromsicher ist und dann wird er da mit reingedeckt. Und die Solarzeile ist da schon drauf? Genau, das sind dann quasi fünf oder zwei Ziegel schon nebeneinander. Die rechnest du einfach mit ein und schnürst sie ab und fertig, sodass du halt ein sauberes Deckbild hast. Sturmsicher, Sturmverklammerung, ganz wichtiges Thema beim Stalldach. Wenn jemand euer Dach saniert und keine Sturmklammern anbringt, jagt ihn gleich wieder runter. Weil Sturmverklammerung ist gesetzlich Pflicht. Bei dem Wind und Wetter auf dem Dach kannst du echt froh sein, dass du die Mütze aufhachst. Aber wo hast du die eigentlich her? Für Markus? Für Miktex? Mega die coole Bedruckung. Das ist kein Druck, Julian. Das ist ein Stück. Oh, hätte ich wissen müssen. Ja, aber Miktex macht die komplette Teamkleidung für mich und meine Jungs. Miktex, gutes Marketing fängt bei der Bekleidung an. Und da muss eine sogenannte Klammerberechnung gemacht werden. Da muss man quasi eingeben, Windlastzone. Wir sind jetzt hier Windlastzone 1 im Neckartal, in Neckardolfing. Ist das viel oder wenig? Das ist wenig. Okay. Aber, klar, und ich meine, der Solarteur, der freut sich, wenn er ein geklammertes Dach nachher nachträglich die Solaranlage einbauen darf, weil der kriegt den Zickel nada, bis die Ende runter. Also, wir haben auch schon den Fall gehabt, dass wir dann irgendwie Halter setzen mussten für die nachträglich und das Dach war geklammert und wir mussten halt so mehr oder weniger gefühlt jeden zweiten Ziegel kaputt machen, weil wir irgendwie, also, wenn die liegen, liegen die. Wenn der Dachdecker seinen Job richtig gemacht hat, wenn die liegen, liegen die. Ist vorbei. Krass. Ja. Und die sind auch hier Pflicht, die klammern? Überall. Okay. Ganz Deutschland. Sturmverklammerung. Das wird, glaube ich, auch nicht immer gemacht. Ist das bei jedem Ziegel oder jede zweite Reihe? Ne, das musst du ausrechnen. Also normal Ortgang und Traufe. Okay. Also soweit ich es jetzt gerade im Programm oder von der Sturmverklammerung im Kopf habe, ist Ortgang und Traufe wird jeder Ziegel geklammert und dann jeder zweite irgendwie so. Also, aber du kriegst da, du gibst dem Mitarbeiter dann eine Sturmklammerberechnung mit, also du kannst vorher schon sagen, genau auf das Stück, wie viele Klammern du brauchst. Verstanden. Und diese Berechnung müssen die sich natürlich auch halten, weil wenn irgendein Schaden sein sollte vom Sturm, dann ist das Ding und du bist nicht, du hast keine Verklammerung und das Dach ist genau so alt, wo es schon Vorgabe war, dann kriegst du natürlich auch nicht wirklich Kohle von der Versicherung. Ja, logisch. Ich habe nochmal kurz eine Frage zu dem, wie kann man vielleicht schon sagen, ökologisch hergestellten Ziegel, wo wir vorhin kurz angeschnitten hatten. 60 Prozent weniger Energie hat er, glaube ich, benötigt, oder? Ich glaube es auch. Wird das denn schon so beim Kunden verbaut oder wie ist denn da die Nachfrage nach solchen Produkten? Der Hersteller kommt aus dem, also ich würde jetzt, für den Schwabisch natürlich alles aus dem Norden. Ich weiß nicht, wo Laumanns herkommt, ich habe selber noch keinen Ziegel verbaut. Ich weiß nur, dass die hier keinen Außendienst haben, weil sonst hätte ich schon Kontakt aufgenommen. Und was ich auch, ich habe mich da ein bisschen reingelesen, weil mich das interessiert hat, ich fand es mega, dass die den Ziegel, wenn sie den glasieren, nur bis zum Kopfhals, also nur im Sichtbereich glasieren und sich den Rest vom Ziegel quasi sparen, zu Recht, weil warum muss ich auch unnötig das Material verschwenden? Also finde ich wirklich gute Ansätze und warum kann man das nicht kombinieren? Produziert den Ziegel nachhaltig, so gut wie möglich, ohne CO2 und setzt dann ein Photovoltaik, also jetzt wirklich mal gesponnen, setzt da ein Photovoltaikmodul drauf und auf einmal, wenn du eine Bilanzierung machst von einem Haus, kannst du auf einmal vielleicht, wenn du es gut rechnest, und das positiv bilanzieren, weil ganz ehrlich, wenn der Energieberater kommt, der macht wie eine kaufmännische Bilanz von deinem Bestandsgebäude, damit er die Kennzahlen kennt, deines Hauses und deswegen Bilanzierung. Bei einer Bilanzierung eines Hauses wird zum Beispiel eine Pelletheizung, wenn du die nachträglich installierst, positiv gerechnet, weil Holz ein nachwachsender Rohstoff ist, aber, und das ist auch wieder meine Meinung, er ist nachwachsend, aber nur, und das habe ich glaube ich auch schon mal gesagt, nur bis zu einem bestimmten Grad, weil wenn wir alle eine Pelletheizung hätten und alle Holzfaserdämmplatten auf dem Dach, hätten wir alle ein Riesenproblem. Deswegen würde ich eher sowas bevorzugen, einen Dachziegel, der Biogastrom erzeugt wird, der wo nachher noch ein Photovoltaikmodul draufkriegt und dann könnten wir, und das ist ja wirklich ein Photovoltaikmodul, wo 20 Jahre, nach 20 Jahren immer noch 80% bringt, wenn ich das im Kopf einfach mal schon überschlage, habe ich auf jeden Fall den Ziegel und das Photovoltaik, also den Ziegel wieder drin an Produktionskosten, würde ich jetzt mal so aus dem Bauch raus sagen und habe, also bestimmt nach 10 Jahren, also wenn du guckst, was die Rohstoffpreise gerade machen, also alle börsegehandelten Rohstoffe gerade machen, habe ich den Ziegel nach 10 Jahren wieder locker drin und ab da verdiene ich sogar, also nicht Kohle, sondern für die Bilanz von meinem Haus kann ich das positiv aufbauen und da würde ich eher sagen, okay, nachwachsender Rohstoff schön und gut, aber lass uns lieber sowas positiv bilanzieren. Wird aber aktuell null gefördert, oder? Klar, die Photovoltaik. Aber so Ziegel oder so? Ne, der Ziegel nicht. Er wird natürlich schon gefördert, weil wenn du die Sanierungsmaßnahme nach BAFA oder KfW machst, wird ja das komplette Angebot zur Sanierung deines Daches, Fabio, schlaf nicht ein. Alles gut. Dein Auge ist schon, das eine ist schon 10 Zentimeter weiter oben, das ist schon fast in der Sturm drin. Ich bin noch am überlegen wegen meinen drei Fragen nachher. Achso, okay. Komplette energetische Maßnahme, also das heißt natürlich kriegst du auch die 20% auf den Ziegel. Okay. Ja, oder mit Energieberater, 25% mit Sanierungsfahrplan, ja, als Förderung. Aber ich finde es einfach als Ansatz, einfach mal mit den Gedanken spielen und wir sind gerade alle mit anderen Sachen so sehr beschäftigt, in der Welt gerade abgeht, dass wir irgendwie so Sachen im Blick verlieren. und es ist einfach, ich finde es einfach immer nur bis, wir können uns doch nicht einfach nur hangeln, es muss doch immer noch Denker geben, also so, ja, so Leute, wo sich einfach da Gedanken drüber machen. Ganz wichtig, weil sonst geht es auch nicht vorwärts. Ja, richtig. Ich könnte mich auch im Tag verlieren, kein Problem. Ja, aber ich möchte halt auch über so Sachen nachdenken. Ja, ich glaube, wird man in der Baubranche auch irgendwie so einen kleinen Stillstand irgendwann mal auch erleben. Also, es gibt immer welche, die natürlich weiterdenken, aber ich weiß nicht. Du kommst ja auch aus der Branche. Ja. Ja, ich glaube so die technologischste Branche ist das jetzt nicht unbedingt so ein technologischer Fortschritt. Im Gegenteil, im Bau fängt man es sogar schon wieder an, ein bisschen rückwärts zu machen und drüber nachzudenken, ob das, was die damals gemacht haben, nicht alles so schlecht war. Aber jetzt Produkte meinst du? Was die Produkte angeht, ja. Also sie fangen sogar an, alt und neu zu kombinieren und das finde ich unglaublich und das finde ich so geil. Das ist gut. Das finde ich aber auch gut. Also das finde ich auch gut. Super. Das finde ich auch in Ordnung. Weil das trägt, glaube ich, zu einer Entwicklung bei, wenn du dich so ein bisschen auf deine Roots, also back to the Roots, wenn du dich da ein bisschen deine Wurzeln konzentrieren. Ja, das finde ich auch gut. Da haben wir ja auch der Ju und ich eine Folge über nur Dämmstoffe gemacht. Richtig. Und da hat sich das auch schon angehört. Da hat sich das ja auch wieder inzwischen sind die Preise auch sowas von veraltet. Ja, die Preise sind veraltet. Alter, schön. Die gehen ja, es geht kein Tag rum, wo nicht irgendeine andere Preiserhöhung ansteht. Es ist unglaublich. Es ist wirklich unglaublich. Ja, das kann man es bald wirklich nicht mehr bezahlen. Ja, wir haben uns auch schon überlegt, wie wir jetzt reagieren. Also gerade mit Bitumenabdichtung und Ziegel. Also klar, natürlich schön, dass die CO2-neutral oder CO2-arm produzieren. Es bringt halt nichts, wenn er nicht da ist. Wenn er nicht lieferfähig ist, kannst du da gar nichts drauflegen. Spannend. Und das Nächste wird wahrscheinlich, ich möchte jetzt hier nicht als Guru gelten, aber ich nehme es ganz stark an, dass uns nächste Woche die Dämmstoffe dann sagen, wir nehmen keine Aufträge mehr an. Ja, und dann besinnen wir uns auch wieder auf die Roots zurück und fangen an zu reparieren. Weil das können wir noch. Ja, wir müssen nicht tauschen. Wir können auch noch reparieren. Das können andere nicht mehr. Dämmstoff reparieren? Oder was? Nee, Dächer reparieren. Dächer reparieren, ja. Weil wir haben hier von letztem Jahr vom Hagel noch 300 Reparaturen. Okay. Die sind jetzt in drei Monaten ein Jahr alt und die haben wir noch nicht mehr angefasst. Guter Vertriebler würde sagen, ey, in meinem Haus ist jetzt ein Pool. Nee. Jetzt kommt der Dachdecker und macht es wieder weg. Ja, gut, aber ganz ehrlich, das sind halt, ich möchte jetzt die Probleme von den Menschen nicht klein spielen, aber ganz ehrlich, also eine Terrassenüberdachung ist, da hat man es ja auch schon davon, die ist, glaube ich, nicht so wichtig, wie wenn es zum 80-Jährigen ins Schlafzimmer oder ins Bett reinregnet. Da muss man einfach mal die Kirche im Dorf lassen. Übrigens, ich habe ein richtig, mir ist mal wieder ein richtig geiler Spruch eingefallen, den ich schon lange nicht mehr gebracht habe. Hau raus. Kirche oder Puff, ein Dach muss drauf. Das hat aber eigentlich nicht mein Dach ausverdient. Warum nicht? Der ist geil. Der hat echt einen Wart bis nach, ja. Das ist gut. Aber der ist einfach, der ist witzig. Ich habe den das letzte Mal wieder gelesen. Ich fand es einfach nur, habe ich irgendwann mal als Einführung gebracht von irgendeinem. Aber du hast doch jetzt bestimmt noch, komm, jetzt zum Fastabschluss einen Witz, einen Dachdecker-Witz oder so. Irgendwas. Ich fällt dir nichts ein. Doch. Die Zimmerleute werden mich feiern. Ja, aber das will ich ja eigentlich nicht. Aber egal. Wie lange dauert die Ausbildung zum Dachdecker? Drei Jahre. Drei Tage. Am ersten Tag Brauerei-Besichtigung, am zweiten Tag Besichtigung vom Schieferwerk und am dritten Tag Termin beim Tätowierer und dann bist du Dachdecker. Hast du ein Tattoo? Ja. Du hast ein Tattoo? Ja. Oh, das muss ich mir nachher zeigen. Das werde ich wegläsern lassen. Echt jetzt? Ja. Weil reine Haut reinhaut. Ja. Nee. Ich gucke. Da geht's doch. Das ist alles wieder reingekohlt, ey. Ich hab noch Haus heraus. Drei steinige Fragen vom Höflichen. Glaubst du, dass tendenziell in den letzten fünf bis zehn Jahren es mehr Stürme gibt? Also Wetter, Sturm. Also kurz nochmal zum Erklären. Ja oder nein? Oder eine kurze Erklärung? Sturm, nein. Unwetter. Ja. Starkregenereignisse haben drastisch zugenommen. Ja. Man merkt einfach, man hat trockenere Monate und das Wasser ist aber trotzdem da und das entlädt sich halt. Also ich bin jetzt kein Meteorologe, aber so wäre jetzt meine logische Schlussfolgerung. Das entlädt sich dann auf einmal. Und das in Verbindung mit Windböen. Ja. Also nicht mit Strom, sondern mit Windböen. Gut beantwortet. Gut. Es interessiert mich einfach, wie ist die Aussicht vom Dach? Geil. Immer geil? Nee. Wenn du eine 80-jährige Oma nackig auf der anderen Seite Straßenseite steht. Hast du schon mal irgendwas beobachten können? Echt? Anderes Thema. Ich will die Bilder aus meinem Kopf. Bilder aus meinem Kopf. Das ist richtig, das Kopfkino, Alter. Ja? Du kannst dir ja vorstellen, ich war schon mal nicht mehr im Kino. Wie halt, äh... Wenn man halt ein Dach eindeckt und durchs Dachfenster guckt, oder wie? Oder gegenüber. Die hat's, mir war eine Reparatur machen und gegenüber war sie halt im Balkon und die alte Frau sind da nicht so verschrocken, was ich auch verstehe. Ich meine, ganz ehrlich. Das ist doch schön. Aber es ist halt, ja. Eieieiei. So. Dritte Frage. Nimmt ein Dachdecker das Handy eigentlich mit aufs Dach? Oder ist es zu gefährlich, wenn es abstürzt? Klar, nimm das Handy. Du brauchst ja zum Dokumentieren. Also wir machen das zum Beispiel so, dass wir unsere Dokumentation per Handy machen und die werden mir dann abends quasi geschickt, die Bilder, und ich tue sie dann in der jeweiligen Bauakte zuordnen. Also Handy, klar. Wenn es der Lehrling in der Hand hat, dann wird es kritisch. Handy weg. Der Schlawiner, weil der macht andere Sachen am Handy wie Bilder. Und das auf dem Dach. Naja, also gut. Nee, also Benni, vielen Dank. Sehr informativ. Vielen Dank, Benni. Für die Durchführung im Sanierungsfahrplan und auch so ein bisschen Ausblick, was die Branche vielleicht so demnächst hergibt an Dachziegel und an Produkten. Ja, also ich hoffe auch, dass sich in der Dämmung noch was tut. Klar, also ich habe mir die letzten auch von Bauder, die Eco, darf ich auch namentlich nennen, weil das ist glaube ich so mit das einzigste Produktgrad, wo diese Schiene geht. Ist auch ein Schaum, der aber zu zwei Drittel, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, schon wieder eine Woche her, dass ich das Prospekt durchgelesen habe, der zu zwei Drittel aus Biomasse produziert wird. finde ich extrem geiler Ansatz. Also weiter so. Also weil der Dämmstoff ist ja eigentlich das, was ja richtig verjubelt wird. Ja, also wenn du überlegst, egal was, bei einer Gebäudehülle, wenn du die Fassade machst, ist ja die, der mineralische Putz oder der Putz, das ist ja ein kleiner Teil, aber der Dämmstoff ist das, was rausgeklatscht wird und da muss man ansetzen, den muss man besser machen, den muss man einfach und nachhaltiger machen. Ansonsten hoffe ich, dass die Entwicklung so weitergeht und ich hoffe auch, dass die Leute viel spitzfindiger oder auch viel sich ein bisschen mit dem auseinandersetzen, was sie kaufen, mit dem Produkt, weil beim Auto machen sie es auch. Richtig, da kann ich dich voll unterstützen. Du nimmst das, was dein Handwerker empfiehlt, aber informiert euch selber vorher und nehmt das, was vielleicht auch der Umwelt noch tut. Wir haben auch die Kunden, wo uns zweimal auf die Finger gucken, aber das stört mich nicht. Man muss eins sagen, wir sind vom Bau. Leute, bitte macht uns nicht verrückt, weil jedes Dach ist anders und ich kann nichts für eure Substanz oder das, was ich vorfinde. Ich kann immer nur als Handwerker versuchen, das Beste für euch rauszuholen und das Beste draus zu machen. Schönes Schlusswort, oder? Ich habe es einmal wieder gerockt. Bleibt, wie du bist. Ihr zwei auch und ich habe mich wirklich gefreut, heute euch zu sehen. Wir uns auch. Hat uns auch gefreut. Wir haben wirklich Abwechslung heute mal wieder, diesen Trubel. Danke fürs Zuhören und bis bald. Achso, zuhören. Danke dir. Tschüsseldorf. Hau sie jetzt bitte nochmal alle raus. Also, San Francisco, Tschüsseldorf, Bundesgarten, ciao. Bis bald, Drian. Bis bald, Drian. Jetzt fällt mir keiner mehr ein. San Francisco, bis bald, Drian. Ciao. Ciao. Up. Aw,